Die Oppen-Flamse-Liberalen-On-Democraten ist eine belgische liberale Partei. Sie wurde 1992 gegründet, als sich die meisten belgischen Parteien gespalten haben. In je eine Partei für die Flamen und eine für die französischsprachigen. Prominentestes Parteimitglied ist der ehemalige belgische Ministerpräsident Guy Verhofstadt. Der ehemalige Vorsitzende Karel de Gucht war von 2009 bis 2014 EU-Kommissar. Bis 1992 hieß die Partei Partie vor Freiheit und vor Ruidgang. Das Oppen im Parteinamen hat sie von der andauernden Zusammenarbeit mit Vivant im Jahre 2007 übrig behalten. Die radikal-demokratische Vivant bleibt allerdings als Bewegung und Partei bestehen. Die Oppen VLD regierte von 1999 bis 2003 mit den französischsprachigen Liberalen vom Movement Reformateur und den Sozialisten und Grünen beider. Großer Sprachgruppen. Von 2003 bis 2008 führte sie eine sozialliberale Koalition an. Seit Mai 2008 befindet sie sich in einer Koalition U. A. mit der CD und V. zuerst unter Iveli Temme. Dann vom 30. Dezember 2008 bis zum 24. November 2009 unter Hermann van Rompuy und seitdem wieder unter Iveli Temme. Am 22. April 2010 erklärte die Oppen VLD ihren Austritt aus der Regierung Letherme. Nachdem Verhandlungen über die Neuordnung des Wahlkreises Brüssel-Halle-Wilforde gescheitert waren. Diese Entscheidung führte zum Rücktritt der Regierung und zur Ausschreibung föderaler Parlamentswahlen im Juni 2010. Die Regierung Letherme mit ihren Oppen VLD-Ministern sollte jedoch kommissarisch noch weitere anderthalb Jahre im Amt bleiben. Während die langwierigen Verhandlungen um eine neue Koalition scheiterten. Die Oppen VLD war an diesen Verhandlungen nicht von Anfang an, sondern erst in einer späteren Phase beteiligt. Seit Dezember 2011 wirkt sie in einer weiteren föderalen Regierung, der Regierung die Rupot, mit. In der flämischen Region dagegen befindet sich die Oppen VLD bereits seit 2009 in der Opposition.